So, hallo. Letzte Fragestellung heute. An welchen Stellen der Funktion f von x ist x² ist die Steigung gleich 0,5 bzw. wenn ich mit 100 multipliziere 50%? Ja, ungefähr, sieht man ja, wir haben eine sehr starke Steigung, 0,55%. Wir also da hier sehr klein räumen. Das geht ja sehr schnell in die Höhe. Okay, wie können wir dieses Problem lösen? Na ja, ganz einfach. Wir nehmen wieder die Ableitung von x², also 2x und ich will wissen, wo ist diese Ableitung? f' die Steigung soll 0,5 sein. Okay, die Steigung, f' ist die Steigung, also 2x ist gleich 0,5. Ich dividiere durch 2 und habe x ist gleich, naja, 0,25. Das heißt, sehr, sehr knapp bei 0 schon. Okay, an welchen Stellen ist die Steigung und damit hätten wir das erledigt.